Diese Villa hier steht schon seit Jahren leer. Hier findet uns niemand. Das ist auch jetzt mein Zuhause. Hier wohnt jetzt Charlie. Wir müssen alle im Hause helfen, sonst. Sonst was? Der Zausserest. Habt ihr das auch bemerkt? Was? Wir werden beobachtet. Von wem? Es ist schon ein bisschen komisch hier. Wer bist du? Was machst du hier? Das würde ich dich fragen. Was machst du in unserem Haus? Dein Haus? Wir wohnen hier. Ja, ich auch. Wie heißt du endlich? Maggi. Wie das Gewürz? Von Magdalena. Du heißt Charlie. Das weiß ich mittlerweile. Was machen wir eigentlich? Lassen wir die Bella ein? Ständig musst du meine Sachen nehmen. Ich nehme nicht deine Sachen. Ähm, Leute. Was? Dein Popcorn. Deine grüne Hose ist weg. Ja. Merkt ihr was? Was? Euch beiden fehlt etwas. Leute, ich habe eine Idee. Was hast du vor? Erstmal Koffeln. Das war eine so schöne Woche auf dem Jugendamt. Und jetzt mit meinen Mädels in die Oper. Ach, herrlich. Ach Mensch. Was ist denn das? Nicht erschrecken. Okay. Wer wollte etwas mit Ihnen entpeilen? Komm, ich hole mir echt was gekriegt, wenn du so wirst. Hallo. Ich wurde bedroht. Von einem Kind. Ich brauche ganz direkt Hilfe. Hilfe. Neben der wunden Villa. Kommen Sie mal zum Punkt. Also, sie war ein Kind. Das hat mich bedroht und angegriffen. Bisschen viel verfügelt. Ähm, und dann habe ich es mit einem super Hechtstand vertrieben. Und, oh nie, oh nein, meine tollen reingelegten Fische sind weg. Wie kennen Sie denn die Kinder? Ich habe da so eine Befürchtung. Im Jugendamt habe ich gerade so einen neuen Fall reingekommen. Da wohnt ein Kind ganz alleine in einer bunten Villa. Ah, ja, von dem haben wir schon gehört. Äh, keine Sorge. Ihren Backfisch kriegen Sie schon wieder zurück. Hansi und Franzi kümmern sich darum. Wir melden uns bei Ihnen. Ähm, hey du, ähm, hey, ähm, du. Ähm, Hansi und Franzi von der Kriminalkolizei Altona. Wem gehört das hier? Charlie. Und wer schläft da? Charlie. Der Herr hat es noch warm werden gekocht? Charlie. Wir suchen also nach einer Charlie. Also, warte mal, du bist Charlie? Ja. Und ihr Ball heißt auch Charlie. Ja. Ihr alle heißt Charlie. Ja. Aber der, der, der Haupttaker wählt ja nur eine Charlie. Ah, nein, dafür werden wir nicht bezahlt. Ähm. Ähm. Und Sie sind? Äh, Fischer. Äh, Scheißmutter. Die Polizei schickt mich. Wohnen Sie alle hier? Äh, ja, ganz genau. Das sieht mir ja alles ganz in Ordnung aus. Mich wundert nur, dass die Polizei einen ganz anderen Zustand vorgefunden hat. Charlie. Charlie. Seit du hier bist, ist hier nur Chaos. Diebe, Polizei, jetzt noch das Jugendamt. Das ist echt das Letzte, was ich gebrauche. Schmeißt du mich raus? Nein, ja, ich frag mich einfach, ob du wirklich verstehst, was es bedeutet, alleine zu leben. Ja, ich frag mich einfach, ob du wirklich verstehst, was ich gebrauche.